Hallo, ich wollte euch noch was vorstellen und zwar nennt sich das groups.de. Ich gehe nicht nur alleine gerne wandern, sondern ich gehe auch ganz gerne mit Begleitung. Leider fehlt mir diese oft, deshalb habe ich nach einer Quelle gesucht, wo man mit anderen Leuten wandern gehen kann und bei groups.de gibt es verschiedene Gruppen, die sich mit verschiedensten Hobbythemen und Themen beschäftigen, von Spieletreffen bis zu Stammtischen bis hin zum Wandern und habe jetzt schon zwei Wanderungen mit denen gemacht, war beides sehr gut, kann man nicht anders sagen, war toll, tolle Erlebnisse, viele neue Leute kennengelernt, kann ich mir jedem empfehlen, guckt mal rein www.groups.de. Jetzt kommen ein paar kleine Videoausschnitte von den ersten Wanderungen und Bilder. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, meldet euch einfach mal bei groups.de an, ist ganz einfach, braucht ihr nicht viel außer angegeben einer E-Mail-Adresse oder Namen beziehungsweise Username und schon seid ihr mit dabei. Ich würde mich freuen euch mal bei einer Wanderung oder irgendwo bei sonstigen Outdoor-Aktionen zu sehen. Moment. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020